Mit einem neuen Banner, auf seriös. Hast du gesehen, wie ich mit einem Heiligenschein auf dem Banner bin? Seriös? Ich weiß ja nicht. Kann ich den doppelten, kann ich diesen Doppelungseffekt irgendwie wegmachen? Also kann ich da, wenn ich es richtig, also wenn ich richtig reinzwerte, kann ich da theoretisch einen Ninja Squid draufbekommen? Weil ich meine, ich hab mal jemanden gesehen, der Ninja Squid auf dem Splatfest Shirt hatte. Also mein Plan wäre dann halt gewesen, im Prinzip sammle ich 45 Chunks von irgendwas, gehe zu einem Squid Ninja Shirt, mache den Effekt raus und tausche den dann mit dem von dem Splatfest aus. Wenn das geht. Wenn ich halt jetzt wüsste, dass das geht, pass mal auf, das probiere ich jetzt einfach aus. Effekt hinzufügen. So, jetzt gehe ich zu dem Squid Shirt. Aha, aber guck mal, es wird mir nicht, es wird nicht abgelehnt. Das kostet nur sechs? Das ist ja billiger als eine Fahrt bei Miles, Bruder. Ich bin ein ganz normaler Straftäter. Let's go, direkt rein den Hasen. Und ich rechne mir das hier so aus wie Albert Einstein, Alter. Richtig Stong, ist ja voll billig. Gehen wir mal komplett nicht warm in Turmkommando rein. Ich mein, warum nicht? Mhm. Oh, da kann man hoch! Ähm, hab ich maybe vergessen, dass man da hoch kann? Ja, kann schon sein. Ach, das geht nur in Muschelchaos. Aber ich kann halt auch nicht rein. Jetzt kann man schon mal direkt wieder aus dem Watt löschen, die Runde. Ah, da kann man! Ich hab schon wieder vergessen, dass man da hoch kann, ne? Wichtig, schön der Ult cancel. Nice! Das gibt's nicht. Ah, ich kann ja nicht drauf. Ich probier mal was. Okay, jetzt probier ich nichts mehr. Alles klar, wir haben ein Disconnect. Heftig! Alles klar, wir haben zwei... Alles klar, ich bin alleine. Alles klar! Okay, geile Runde. Heftig. So kann man seine Drink-Tickets natürlich auch verschwenden, ne? Ah, so. Gesamtleistung. Ist ja nicht schwierig, wenn alle disconnecten. Fehlt, dass das auch so ein Strat, dass da einfach mal ein paar Minen hin zu platzieren, weil... Aha! Oh, IMAGINE! Ah, Mist, ich dachte, der schießt links. Okay, im Game DC, also jetzt können wir eigentlich... Muss schon viel Scheiße passieren. Das ist natürlich jetzt belastend für den Splatter-Shot-Spieler, weil der hat halt echt nicht schlecht gespielt. Jetzt hab ich so gerochen, dass du da hoch gehst, Bruder. Richtig. Oh, da war... Der war blind. Ich bin tot. Aber zumindest noch ein bisschen... Oh, ich bin nicht tot. Okay. Den nehmen wir mal raus. Ging eine Flank. Oh, wir haben eine Flank. Mies. Das hätte jetzt... Wenn der jetzt nicht gepusht hätte, dann... Das heißt, auf Range-Plane. Ähm, ja. Ja. Wenn man dann halt gegen einen fucking competitive Team antritt, ist halt nicht so fair, muss man sagen. Ja, die sind halt locker. Das ist halt einfach ein fucking Team, ne? Bruder. Im Prinzip können wir das abcampen, weil die müssen jemanden auf den Turm stellen. Bruder. Bruder, wie viele? Ja. Ja. Komm, ich kann auch hier bestimmt irgendwo eine Hitbox snacken oder so. Aha. Da auf jeden Fall nicht. Wichtig. Frech, dass ich den König gekriegt habe. Doch, jetzt schon. Okay. Wir haben jetzt dann eine Welle drauf. Die tausche ich gleich aus. Nice. Boah, Imagen, Jungs. Alter. Boah, Alter. Ich habe so gestruggelt am Ende. Okay, heute... Ich wollte gerade sagen, heute ist Mucke irgendwie ausverkauft oder so. Ich kriege keinen vor. Oh, die Linse. Ich habe immer noch vergessen, dass man da hoch kann. Das ist mir jetzt schon zum dritten Mal passiert. Langsam wird es peinlich. Boah, Alter. Boah, Alter. Okay, warte mal. Ne, das machen wir nicht. Jetzt sind wir zwei down. Die werden wahrscheinlich jetzt reinpushen. Aber die haben schon ziemlich viel geultet. Nur noch der... Die haben nur noch einen Bubbler. Den die wir jetzt wahrscheinlich gleich ziehen werden, weil... Ja, weil die merken, dass hier Pressure kommt. Nicht wichtig gerade. Nicht wichtig gerade. Hier, Tons. Nice. Das reicht nicht. Äh, das wollte ich nicht. Ja, top. Safe Jump auf jeden Fall in der Stelle. Da nehme ich den Tod auch voll in Kauf. Das war einfach nur Bullshit. Junge, der hat den einfach in den DC gelasert. Okay, pass auf, Jungs. Wir können das jetzt eh nicht mehr pushen. Jetzt machen wir das einfach mega auf Defense. Scheiße, die haben das auch gewollt. Ah, ja, gut. Okay, wir spielen jetzt normale Knifte. Ich habe jetzt genug gelostet. Das reicht mir jetzt. Bruder. Laktosebogen im Ranked. Das Gute ist, die haben noch nicht gepusht, weil der Laktosebogen von denen halt legit nur bei denen in der Base steht und Missiles farmt. Ja, Bruder. Das habe ich ja so gelesen. Na, hier, den schönen, den... Ich schieße das Ding hinter die, äh... Hinter deren... Ich habe jetzt schon mehr Kills gemacht, als die ganzen, äh... Runden mit dem, mit dem Elite da vor allem. Geh, dich löschen. Dinger, das ist so ein kranker Kontrast. Ich habe jetzt schon mehr Kills gemacht, als die ganze Zeit vorhin. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Egal, wir nehmen noch mit. Ich gehe jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so aggressiv. Bruder. So, Freunde. Es läuft wieder. Ja, bester Inkweck auf jeden Fall. Ähm... Wenn ihr Videos sehen wollt, wie ihr diesen Inkweck so schön werft, wie ich, dann, äh... Ja, sag das mal. Ach, komm. Schade. 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 Der war gut. Nice. Perfekt. Wow. Kennst du das, wenn die so... Boah, kann ich mal aufhören zu springen, Alter. Bücher und Badewanne sind beim Tower. Ich glaube, der Rotter ist auch kaputt. Hab, hab ein Triple. Nur noch der eine lebt. Ich jump. No, hab sie. Hab alle. Jawohl. Ist okay. Easy. Wanne. Wanne weg, ich bin tot. Ja, ja, die... Die werden das wahrscheinlich flanken. Ja, Flank kommt. Ja, ja, okay, das kannst du vergessen. Links hat er da auch. Ja, okay, zwei on Tower. Hab den Bubbler. Scheibenwischer hinten in die Ecke. Okay, er kann nicht auf dem Turm. Da ist noch einer reingejumped. Ja, ja. Ich bin auf dem Turm. Scheiße, ich hab ihn nicht genaded. Nein. Ah, ist jemand disconnected. Ja, bei uns ist jemand disconnected. Und es laggt alles. Fehler bei der Datenübertragung. Nice. Nice. Ich hab alle... Ich hab voll erwischt. Alle mal followen, bitte. Pff. Bei Sniper. Nice. Ich spiel aggressive jetzt einfach, weil... Ich muss den Elite irgendwie outspeeden. Ich hab den Elite outspeeded, aber der andere Sniper hat mich leider gepiekt. Puh, das ist einfach... Okay, pass auf. Ich pique... Ich mach jetzt mal eine Mega... Ich geh jetzt für eine Megaflank. Ich geh bei denen in die Gegner, aber jetzt und nehmen deren Sniper spawnen. So, hab den gemacht. Er lag das down. Nice. Hab den Typen auf dem Tower. Hab den einen Sniper. Der andere hat Sniper's auch down. Jetzt müssen wir spawnen und pushen. Hab die eine knifft, die andere lebt noch. Ich muss drauf, ich kann drauf, ich hab die Ult. Ich hab Ult, ich hab Ult, ich hab Ult. Hab einen Sniper. Ja, nice. Ich saug die weg. Ich spring vom Turm, ich saug die weg. Ich spring sofort wieder rein. Oh, schnell. Ich bin dabei. Ich bin aber ever zu dodgen. Nein. Nein, scheiße. Okay, gut. Das war so knapp. Oh, da kommen wir hoch. Boah, ist ja schlecht. Egal. On Tower, tot. Nice. Ich geh gleich drauf auf den Tower. Ich hab Ult. Ich spring zu dir. Hattet verbogen. Scheiße, ich hab mich in die falsche Richtung gedreht und der Sniper hat mich abgefahren. Hab einen. Boah, Digga. Tax Fraud. Das ist aber hier ungünstig gelaufen, gerade für dich. Hab den, Jet. Sniper One-Shot. Als ob ich den nicht treffe. Oder ich mach aber mehr Kills mit Miner-Nade als mit allem anderen. Hab ihn. Nice. Es hat zwei, es hat drei Leute gebraucht. Der dritte hat den Kill gemacht. Hab den auf dem Turm. Ich stelle mich aggressiv. Hab den Sniper, aber D-Sync hat mich dann noch mitgeholt. Da hast du tot, 3R auf. Sniper tot. Einer noch. Stringer. Stringer hinten in der Base. Wo steh denn? Alles gut, wir haben's. Ich geh wieder zurück. Bin in der Baume rein. Egal, kein Problem, ich bin ich befinden. Du kannst zu mir, wenn du magst. Hab einen. Oh, 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 oh. Bin drauf, bin drauf, bin drauf, ihr müsst drauf kommen. Alles klar. Warte, haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen. Ich hab da drauf, ich hab den Runde, er ist runtergegangen. Digga, das war so knapp, es war Gleichstand. Er hat das wahrscheinlich nicht gewusst und hat gedacht, ja, er backt jetzt erstmal ab, aber, weil das ist mir mal passiert, ist die Scheiße. Der Sniper ist irgendwie Brain-Hawk, ab 3. Das ist jetzt nicht. Gefühlt ist der einfach disconnected. Bruder, der Typ macht immer den, macht den gleichen Move einfach nochmal. Der ist aber wie die Octoling im Story-Mode. Boah, Alter, richtiges Brain-Play auch von ihm. Hab den Sniper. Nicht, dass es ein Achievement wäre, aber ja. Eine Wanne down. Ja, alle down, alle down, alle down. Eine Wanne noch. Aber Wanne ist auch so eine Waffe, die scheint ultra-op, aber wenn ich sie spiele, krieg damit nicht geschickt. Die war mal okay. Und jetzt ist sie halt... Ah, du brauchst halt... Das ist wie ein Kontrablaster. Ich weiß, man muss eigentlich nichts damit machen. Man muss eigentlich nichts machen. Ja, das Ding ist, du musst, glaube ich, mit der Waffe, du musst einfach auch schlecht sein, damit du die spielen kannst. Ich glaube, du denkst zu viel nach. Ja. Das ist das Problem. Ich lasse dich jetzt einfach nicht mehr auf den Turm drauf, dann haben wir gewonnen. Ich ulti gegen. Nice. Bruder, ich hab fast den, den, den scheiß Blaster im Nahkampf geholt. Warte, den aim ich ab. Blaster droht. Blaster droht. Einer jumpt. Nice. Let's go. Digga, was macht der Sniper? Der geht in den Nahkampf. Aber der ist einfach straight reingegangen. Der hat einfach Waffe mit Leia verwechselt. Ich bin... Nein, der Sniper hat dich in den Nahkampf geholt. Darauf hat er die ganze Zeit hingearbeitet. Ja, Bruder, die Wanne muss halt nichts machen. Die muss nur spammen. Die steht rechts hinten bei uns. Hab ich eine Wanne? Habt ihr noch einen Turm? Nice. Jetzt haben wir's. Oh, das war noch viel zu knapp am Ende. Ja. Alter, das ist einfach auch geil. Er springt rein und chargt direkt. Richtig weirde Moves auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Bis zum nächsten Mal.